Mein Name ist Asad Ramadani und ich bin im Tursuit Recruiting Team. Es gibt einen ausschlagenden Punkt, der sehr sehr wichtig ist und zwar deine Leidenschaft zu Fahrzeugen. Wenn du jetzt nicht der Einsatzschüler bist, aber trotzdem einfach an Fahrzeugen schaubst und bastelst, passt du sehr gut zu uns. Du solltest ein abgeschlossenes Abitur haben und du solltest definitiv Spaß an Mathematik haben. Das Ziel ist es, dass du dann auch irgendwann sozusagen die Zukunft der Tursuit Auto Service GmbH bist. Von daher ist es wichtig, dass du natürlich auch kommunikativ bist und mit Kunden und mit Menschen gerne umgehst. In der Regel gibt es ein erstes Forschungsgespräch und dann gibt es ein Probearbeitstag. Hier auch ein Tipp, keine Berührungsängste haben, viele Fragen und du wirst auch unter dem Auto dir das Auto mal anschauen etc. Nach diesem Probearbeitstag wird es ein zweites Gespräch geben. Das ist eigentlich die Regel bei uns. Sei einfach so wie du bist, locker, natürlich, mach dir bewusst, warum du dich hier bewirbst.